Herzlich Willkommen zu Urknallwälderl und das Leben. Zur Vortragsreihe Planetare Geologie von Christian Köberl. Da gab es eine ganze Reihe interessanter Fragen in der Community, auch auf unserer Webseite. Da ist ja ein eigener Menüpunkt eingerichtet, wo Sie mit unserem gesamten Team kommunizieren können. Und da wurde zu dem Objekt, das vermutlich die Menschheit über Jahrtausende hinweg am meisten fasziniert hat am Nachthimmel, dem Mond. Da wurden interessante Fragen gestellt. Christian wollte sich Zeit nehmen, das zu beantworten. Björn ist extra nach Wien gefahren, an die Uni dort, und hat das aufgezeichnet für Sie. Also eine Verkettung glücklicher Umstände, würde ich sagen. Freuen wir uns gemeinsam auf das Ergebnis. Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen bei der Vorlesung Planetare Geologie. Heute behandle ich im Rahmen von Urknallwälderleben wieder einige Fragen zu meiner Vorlesung. Diesmal zum Thema Mond. Sind es einige Fragen eingekommen? Und ich werde versuchen, diese Fragen repräsentativ zumindest zu beantworten. Eine Frage, die gekommen ist, besagt, wenn der Mond älter als die Erde scheint, wie ist er dann aus der Erde entstanden? Nun, das ist vielleicht ein bisschen ein kleines Missverständnis. Das sind zwei verschiedene Dinge, um die es hier geht. Der Mond selbst ist ein alter geologischer Körper. Aber das bezieht sich jetzt auf die Oberfläche. Die Erdoberfläche, im Gegensatz dazu, die Erde ist auch ein alter Körper, aber die Erdoberfläche verändert sich dauernd, verändert sich sehr rasch, weil es auf der Erde sehr viele geologische Prozesse gibt, die zu einer dauernden Veränderung der Erdoberfläche führen und zu einer dauernden Neubildung auch der Gesteine und damit eben der Oberfläche. Das sind verschiedene Faktoren, verschiedene Komponenten, die hier zusammenspielen. Einerseits gibt es auf der Erde zum Beispiel die Kontinentaldrift, die so unter dem Überbegriff Plattentektonik zusammengefasst wird, wo sich die einzelnen Kontinente auf der Erdoberfläche langsam aber doch bewegen. Die bewegen sich ungefähr so schnell, man kann diesen Vergleich, das ist ein sehr netter Vergleich, ungefähr so schnell wie Fingernägel wachsen, so schnell oder langsam bewegen sich die Kontinente auf der Erde. Wir wissen ja, dass zum Beispiel auf der einen Seite Europa und Afrika und auf der anderen Seite Nord- und Südamerika, die passen so wie ein Puzzle-Spiel zusammen und das heißt der Atlantik, das ist ein Ozean, den es erst seit ungefähr 130 Millionen Jahren überhaupt ein bisschen gibt. Am Anfang nur als kleines Rinnsaal zwischen den Kontinenten, dann sind die immer weiter auseinander getrifftet und jetzt haben wir halt einen doch mehrere tausend Kilometer breiten Ozean zwischen Europa und Nordamerika beispielsweise. Auf der anderen Seite natürlich, die können ja nicht irgendwo beliebig hin sich bewegen, auf der anderen Seite muss irgendwas verschwinden und da werden dann die Ozeanböden unter Kontinentalschollen gedrückt oder es kann auch sein, dass zwei Kontinentalschollen zusammenstoßen und dann werden Berge neu gebildet, zum Beispiel den Himalaya, das ist die Gebirgskette des Himalaya, gibt es erst seit etwas über 60 Millionen Jahren, als die indische Platte mit der sonstigen eurasischen Platte zusammengestoßen ist und die Berge sich hochgeschoben haben. Das ist 60 Millionen Jahren, ist geologisch gesehen ein relativ kurzer Zeitraum, dafür nämlich, dass die Erde ungefähr viereinhalb Milliarden alt ist. Auf der Erde gibt es auch andere geologische Prozesse, zum Beispiel Erosion. Durch das Wasser auf der Oberfläche, also Regen, Flüsse, Seen und so weiter, wird permanent Gestein abgetragen von einem Ort, zum Beispiel eben von Bergen und wird irgendwo anders, zum Beispiel in Flussdeltas, abgelagert. Und wenn das über lange geologische Zeiträume hinweg passiert, dann können sogar solche Berge wie der Mount Everest in vielen Millionen Jahren auch wieder abgetragen werden, verschwinden. Sowas ähnliches ist zum Beispiel bei den Appalachen passiert, zu einer Gebirgskette an der Ostküste der USA, die ungefähr 900 Millionen Jahre alt ist und damals so hoch war wie heute das Himalaya-Gebirge. Davon ist kaum noch etwas übrig, ist alles abgetragen. Und solche Veränderungen, die es auf der Erde gibt, Vulkanismus, Plattentektonik, Erosion, führt dazu, dass die Erdoberfläche sich immer wieder erneuert. Auf dem Mond, der Mond ist ein mittlerweile, weil er ein sehr kleiner Körper ist, in seinem Inneren weitgehend, aber nicht völlig erkaltet, aber an der Oberfläche, die Kruste ändert sich seit vielen Jahrmilliarden nicht. Und deswegen ist die Mondoberfläche an sich älter als die ältesten erhaltenen Kontinentalbereiche auf der Erde. Aber der ganze Körper, die ganze Erde, ist ein bisschen älter als der ganze Mond zusammengenommen. Und deswegen, und wenn man sich hier anschaut, in diesem Diagramm hier, das ich aus einem Buch entnommen, Lehrbuch entnommen habe, dann sagt man hier, also hier war die Entstehung des Sonnensystems, dass die ersten kleinen Körper aus dem Nebel auskondensiert sind. Dann ist die Erde, das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, daraus entstanden. Und als diese junge Erde, gerade mal vielleicht 70, 80 Prozent der Masse hatte, die sie heute hat, also noch nicht ganz fertig war, ist so die Hypothese, ein fast Mars-großer Körper, ein anderer junger Protoplanet, mit dieser jungen Erde kollidiert und das Material, das ausgeworfen wurde, das hat sich dann um die Erde verteilt und aus dem ist der Mond geworden. Das glaubt man deswegen, weil auch die Zusammensetzung des Mondes einerseits so ähnlich ist wie die Erde, aber das bezieht sich nur auf die sogenannten schwerflüchtigen Elemente, die leichtflüchtigen Elemente, da hat der Mond sehr wenig, weil bei so einem großen Einschlag die ganz leichtflüchtigen Elemente, Gase und andere Elemente, die bei geringeren Temperaturen in die Gasphase übergehen können, die werden weggeblasen sozusagen und was übrig bleibt, sind eben nur die schwererflüchtigen Elemente. Und man kann mit bestimmten geochronologischen Methoden, dazu gleich später noch ein bisschen mehr, auch datieren, und zwar sogar relativ datieren, dass der Mond um ungefähr 30 bis 50 Millionen Jahre nach der Erde als ganzer Körper zu sich verfestigen begonnen hat. Und deswegen ist dieser scheinbare Widerspruch, die Mondoberfläche ist deswegen alt, weil sie sich seit vielen Milliarden Jahren nicht verändert hat, während die Erdoberfläche ist zwar, die Erde ist zwar selbst alt, aber die Oberfläche ändert sich dauernd, und deswegen kann die Erde ein bisschen älter sein als der Mond, weil man den ganzen Planeten auf der einen Seite, den ganzen Mond auf der einen Seite ansieht, und auf der anderen Seite nur die Mondoberfläche. Und deswegen hat man zum Beispiel dann viel, viel später, da unten sind es eine Jahrmilliarden, vor heute aufgetragen, die ältesten Minerale, die auf der Erde überhaupt da sind, sind so 4,2, 4,3 Milliarden Jahre alt, aber es gibt keinen Kontinent, der so alt ist, die sind alle viel jünger, die ältesten, größeren Gesteinsformationen, da gibt es was in Kanada, das ist ungefähr 4 Milliarden Jahre alt, ein bisschen größeren Bereich in Grönland, ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt aber, das ist wirklich nur die Oberfläche, der ganze Planet ist schon viel älter, aber wir haben zumindest an der Oberfläche, kein Stück Gestein mehr davon übrig, ich kann aber aus eben Datierungsmethoden ausrechnen, wie alt der ganze Planet ist. Also ich hoffe, damit ist dieser scheinbare Gegensatz etwas klarer geworden. Ja, eine andere Frage, die uns erreicht hat, war, der Mond hat ja keine Atmosphäre, er rast aber durchs All, warum spürt man dann davon nichts an der Oberfläche? Ja, weil es eigentlich im All, durch welches der Mond rast, wie auch die Erde, der Mond umkreist ja die Erde, nichts gibt. Es ist leer Raum. Das heißt, wenn ich, egal ob ich jetzt, sagen wir, ich würde mich hinsetzen auf eine Rakete obendrauf, so mit der Baron Münchhausen auf seine Kanonenkugel und würde fliegen irgendwo durch den Weltraum, ich hätte keinen Fahrtwind in dem Sinn, weil es gibt im interplanetaren Raum zwischen den Planeten oder zwischen Erde und Mond keine Atmosphäre, keine Luft, kein Gas, was Widerstand leisten könnte. und zusätzlich muss man noch sagen, das, was eigentlich zählt bei Bewegungen sind ja nicht gleichförmige Bewegungen, denn der Mond bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit, ungefähr zumindest, das heißt, es ist nicht präzise gleich, weil er ja auf einer elliptischen Bahn ist, aber sagen wir, für diese Zwecke reicht es, also immer eigentlich mit der gleichen Geschwindigkeit um die Erde und andererseits die Erde bewegt sich ja auch um die Sonne auf ihrer Bahn und zwar sogar sehr schnell, nämlich mit ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde bewegt sich die Erde durch den Weltraum, aber in dem Weltraum ist nichts. Das Einzige, was hier sein könnte, ist, wenn so kleine Körper wie zum Beispiel Bruchstücke von Asteroiden oder Kometen im Weltraum sich relativ zur Erde bewegen oder zum Mond bewegen, dann können die im einen Fall durch die Erdatmosphäre durchgehen und sie machen eine Sternschnuppe oder auf dem Mond prallen sie halt auf die Oberfläche auf. Das gibt es schon, aber das ist nicht wahnsinnig häufig, aber das heißt, es gibt keinen Widerstand und das ist so ähnlich, wenn ein Flugzeug startet, man sitzt da drinnen in dem Flugzeug, dann spürt man, wenn es beschleunigt, dann wird man den Sitz gepresst, aber wenn es fliegt auf Reisehöhe, dann spürt man gar nichts, dass ich da gerade mit 1000 Kilometer pro Stunde über die Erde fliege oder durch die Luft fliege, ich spüre also keine Beschleunigung, das spürt man nicht und die Erde hat eine Atmosphäre und man könnte ja auch sagen, warum hat die Erde überhaupt eine Atmosphäre, warum wird die nicht weggeblasen, weil es eben rundherum nichts gibt und was das Wichtige ist, ist die Anziehungskraft, des Planeten oder des Mondes selbst, die hält die Atmosphäre um die Erde, also die Erdanziehung oder die Mondanziehung, der Mond ist eben zu klein, deswegen hat er keine Atmosphäre, die Erde ist groß genug, deswegen kann sie mit ihrer Anziehungskraft noch eine Atmosphäre halten, aber auch diese Atmosphäre wird nicht weggeblasen, wenn die Erde um die Sonne kreist, weil dazwischen gibt es nichts und die Anziehungskraft hält sie zusammen und noch einmal, wir bewegen uns im Wesentlichen durch einen luftleeren Raum. Das heißt, das Einzige, was manchmal auf uns prallen kann, ist ein kleiner Meteorit, aber das ist es auch schon. Dann war eine andere, sehr interessante Frage, das Thema Gezeiten betreffend. Wir wissen ja, dass der Mond auf die Erde Gezeiten ausübt und im Wesentlichen hier die, sagen wir, beweglichen Teile der Erdoberfläche, das ist eigentlich hauptsächlich das Meer oder die Atmosphäre, anzieht und am Mond, das ist so die Frage, nachdem uns der Mond ja eigentlich immer die gleiche Seite zuwendet, nicht rotiert, gibt es daher überhaupt auf dem Mond Gezeiten Gezeiten und wenn ja, dann wie kann es unter solchen Bedingungen Mondbeben, also seismische Aktivität auf den Mond geben, die mit Gezeiten zusammenhängen. Ja, auch hier wieder sind da mehrere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Es stimmt wohl, dass die Mondgezeiten oder auch die Sonnengezeiten auf die Erde vor allem natürlich die leicht beweglichen Komponenten beeinflussen, also deswegen gibt es im Ozean einen Tidenhub, aber auch die Atmosphäre wird natürlich angezogen. Je kleiner die Bereiche sind, um die es hier geht, desto weniger merkbar werden diese Gezeiten, also es gibt natürlich sehr deutlich merkbare Gezeiten im Ozean, aber Gezeiten gibt es natürlich auch in Seen, nur sagen sie dort vielleicht nicht einmal einen Millimeter hoch dann. Und die Idee ist natürlich, dass das merkbar wird in dem Sinn, wenn sich, wir haben hier den anziehenden Körper, den Mond oder die Sonne und die Erde rotiert und deswegen merkt man, die Gezeiten, weil da wird der Gezeitenberg angezogen Richtung Mond hin. Und würden jetzt sozusagen Erde und Mond einander immer die gleiche Seite zuwenden, würde man das nicht merken. Die Anziehungskraft gibt es natürlich trotzdem und die Sonne spielt hier auch eine Rolle in der Variation und tatsächlich, stimmt schon, nachdem sich der Mond, die Mondoberfläche relativ zur Erde praktisch nicht bewegt und es gibt keine Ozeane auf der Mondoberfläche, merkt man auch nichts in dem Sinn, also auch mit der Sonne zusammen nicht, aber erstens einmal geht es nicht jetzt nur um leicht bewegliche Komponenten, sondern auch der ganze Körper kann ein bisschen sich bewegen und im Mondinneren und deswegen habe ich also dieses Diagramm hier noch einmal herausgeholt, gibt es einen Bereich, von dem man zumindest vermutet und das geht auch aus diesen seismischen Untersuchungen, die von seismometern an der Oberfläche gemacht wurden, die mit Impakten ausgelöst wurden, gibt es halt einen Bereich, von dort kommen diese tiefen sogenannten Mondbeben und diese Mondbeben, die hängen im Wesentlichen mit dem eben Stand Erde und Sonne zusammen und haben mit der Erde zu tun und da gibt es eine Zone, die man vermutet eben nicht ganz fest ist, sondern teilweise geschmolzen ist und weil die eben nur teilweise geschmolzen ist, ist sie elastisch und kann tatsächlich mit den Umverteilungen der Masse, weil der Mond, das dürfen wir ja nicht vergessen, der rotiert zwar gleichförmig um seine Achse, bewegt sich aber nicht mit der exakt selben Geschwindigkeit, also die variiert ganz leicht, wenn er um die Erde geht, weil es eben eine Keplersche Bahn ist und laut dem Zweiten Keplerschen Gesetz bewegt sich der Mond etwas schneller, wenn er in Erdnähe ist in der Bahn und langsamer, wenn er weit weg ist, aber die Rotation ist immer die gleiche, das heißt, der Mond zeigt zwar ungefähr die gleiche Seite zur Erde, aber nicht exakt und diese leichten Variationen zusammen mit dem zusätzlichen Komponenten Sonnengezeiten die ja wenn der Mond um die Erde kreist sich ändern führen dazu, dass dieses Gebiet im Mondinneren das teilflüssig teilfest ist sich im Mondinneren leicht bewegen kann und deswegen zum Mond Beben führen kann das heißt das ist jetzt kein ganzer Widerspruch aber die Frage ist natürlich berechtigt und hoffentlich ist das jetzt etwas klarer geworden eine Frage die sich glaube ich das kann man nicht nur auf den Mond anwenden aber doch auch geht vielleicht wieder ein bisschen zurück auch auf die Frage woher weiß ich wie alt ist der Mond wie alt ist die Erde woher weiß ich wie alt sind bestimmte Gesteine eigentlich also wer hier angefragt hat wie werden eigentlich Altersbestimmungen also ich nehme an es bezieht sich auf Gesteine oder Planeten hier durchgeführt ja das da könnte man fast sagen das ist eine ganze andere Vorlesung denn es gibt eine ganze Anzahl an Methoden die man zur Altersbestimmung verwenden kann es gibt relative Methoden und es gibt absolute Methoden in den meisten Fällen verwendet man für die Datierung von Gesteinen an sich absolute Methoden in der Geochronologie oder Kosmokronologie und ich werde jetzt ein paar davon ganz kurz nur herausgreifen und das Prinzip versuchen zu erläutern es gibt aber auch jetzt vielleicht für größere Oberflächen auch relative Methoden übrigens auf der Erde werden auch andere Methoden zum Beispiel stratigraphische Methoden angewandt das ist eine relative Methode wo sozusagen die älteren Gesteinslagen unten sind und dann kommen immer jüngere Gesteinslagen und dann kann ich sagen diese ist älter als die andere also das ist aber eine relative Methode wo man keine genauen Zahlen zumindest nicht leicht anwenden kann es gibt aber eine gerade für Planetenoberflächen nach Mondoberfläche sehr interessante relative Methode und die hat mit der Kraterdichte auf der Oberfläche zu tun und die können wir verstehen dieses Diagramm hat damit zu tun das kommt in der Vorlesung auch vor was ich hier nämlich auftrage auf den beiden Achsen ist einerseits den Kraterdurchmesser und zwar in Kilometer in dem Fall also das wäre ein Kilometer zehn Kilometer 100 Kilometer Kraterdurchmesser und hier habe ich die kumulative Frequenz die Anzahl der Krater der jeweiligen Größe pro Flächeneinheit in dem Fall pro Quadratkilometer und die Idee ist also jetzt folgende ich habe der Mond oder der Mars bei der Erde geht es wegen der Atmosphäre ein bisschen schwieriger also das funktioniert bestens auf atmosphärlosen Körpern oder am einfachsten auf atmosphärlosen Körpern diese Methode also ich habe jetzt meinen Mond sagen wir und der bewegt sich ja im Sonnensystem einerseits um die Erde andererseits mit der Erde um die Sonne und wird dabei manchmal getroffen von Kleinkörpern die sich im Sonnensystem auch bewegen es können jetzt sein Überreste von Asteroiden die miteinander zusammengestoßen sind die dann auf die Erde auf den Mond fallen oder kleine Körper überhaupt oder größere Körper ganze Asteroiden oder Kometenkerne und es ist natürlich so dass kleine Körper von denen gibt es viel mehr als große Körper das heißt ein Impact eines kleinen Körpers passiert viel häufiger jetzt pro Flächeneinheit als der Impact eines großen Körpers und diese Methode der Kraterzählung wie man sie auch nennt passiert jetzt darauf dass ich schaue wie viele Krater welcher Größe habe ich in einem Bereich habe ich nur einige wenige kleine Krater ist das eine relativ junge Oberfläche weil es ja nicht viel Zeit gegeben hat dass Krater überhaupt akkumulieren sich ansammelt auf der Oberfläche habe ich eine Oberfläche wo große Krater sind und obendrauf noch viele viele kleine Krater dann ist das eine alte Oberfläche weil eben sehr viel Zeit vergangen ist also auch große Einschläge die vielleicht nur alle paar 100 Millionen Jahre einmal auftreten die Zeit war lang genug dass auch diese großen Krater vorhanden sind und die kleinen die sind sowieso obendrauf und wenn ich also jetzt diese Frequenzzählung mache dann kann ich für so einen Himmelskörper man muss da auch noch ein bisschen die Schwerkraft mit einberechnen also es ist nicht ganz so einfach aber man macht dann solche Kalibrierkurven und dann sage ich halt wenn ich weniger Krater habe pro Flächeneinheit und vor allem mehr kleinere dann ist das eine relativ junge Oberfläche die ist nur 10 Millionen Jahre alt sagen wir habe ich mehr Krater und auch mehr große Krater dann ist das schon eine ältere Oberfläche zum Beispiel eine Milliarde Jahre alt und so kann man jetzt nicht wahnsinnig präzise aber doch sogar absolut weil ich kenne ja für den Erdemontbereich zumindest auch für den Marsbereich wissen wir wie viele Impakte gibt es da ungefähr pro Zeiteinheit und dann kann ich ausrechnen wie alt ungefähr ist die Oberfläche vor allem aber ich kann eben relativ zueinander datieren dass diese Oberfläche ist jünger als die andere Oberfläche weil die hat nur kleine Krater die andere hat auch große Krater also das ist jetzt eine relative Altersbestimmungsmethode für eine Oberfläche für ein Gestein verwendet man eben meistens Isotopen Messungen die basieren auf dem radioaktiven Zerfall ich werde versuchen das an einem Beispiel nämlich an der sogenannten Kalium Argon Methode zu erklären es gibt vom Element Kalium mehrere Isotope ein Isotop das haben wir schon mal in der Vorlesung auch gehabt ein Isotop ist dasselbe Element aber hat eine andere Anzahl an Neutronen im Kern also man kennt ja das kommt da auch vor es gibt ja auch die Radiokohlenstoff Methode da gibt es zum Beispiel in der Natur im Kohlenstoff zwei sogenannte stabile Nuklide oder Isotope nämlich Kohlenstoff mit der Masse 12 und Kohlenstoff mit der Masse 13 Kohlenstoff ist es deswegen weil der Atomkern jeweils 6 Protonen im Kern hat das sind die geladenen großen Teilchen er hat aber auch noch der Kohlenstoff mit der Massenzahl 12 noch 6 weitere Kernteilchen nämlich Neutronen die haben keine Ladung sind neutral deswegen heißt sie auch Neutronen tragen aber zur Masse bei 6 Protonen und 6 Neutronen macht eine Massensahl 12 der Kohlenstoff 13 der hat noch immer 6 Protonen sonst wäre er ja kein Kohlenstoff hat aber 7 Neutronen also eine Massenzahl mehr also die Massenzahl 6 plus 7 ist 13 dann gibt es zum Beispiel den Kohlenstoff 14 sicher schon gehört der hat sogar 8 Neutronen im Kern aber noch immer nur 6 Protonen weil ich gesagt sonst wäre er ja kein Kohlenstoff nur jetzt haben wir ein ungleiches Verhältnis ein schon deutlich ungleiches Verhältnis zwischen Protonen und Neutronen dem Fall von Kohlenstoff 14 der Kohlenstoff 14 ist daher der Kern nicht mehr stabil sondern zerfällt und das nennt man Radioaktivität wenn ein Kern zerfällt da werden Teilchen aus dem Kern ausgesandt und aus dem Neutron wird ein Kernteilchen meistens ein Beta-Teilchen ausgeschickt und das zerfällt dann und das Ergebnis ist dann ein stabiler Kern eines anderen Atoms So ähnlich ist es auch beim Kalium und Argon Es zerfällt eines der Isotope des Kaliums nämlich mit der Massenzahl 40 durch Aussendung eines Beta-Teilchens in ein Atom eines anderen Elements nämlich Argon Die Massenzahl bleibt gleich Es verwandelt sich nur ein Neutron in ein Proton in dem Fall durch Aussendung eines Kernteilchens Das passiert mit einer schönen Regelmäßigkeit in der Natur Jedes Isotop hat seine eigene Halbwertszeit also jedes radioaktive Isotop hat seine eigene Halbwertszeit und im Fall von dem Kalium 40 Das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1,3 Milliarden Jahren in eben ein Argon 40 Das ist ein bisschen komplizierter weil dieser Beta-Zerfall der geht eigentlich zu einem Kalium 40 und es gibt noch einen anderen Zerfall der heißt Elektronen Einfang der wirklich zum Argon geht aber das ist jetzt was sekundär das sind Details aber jedenfalls wir haben diesen regelmäßigen Zerfall jetzt ist der Unterschied der das Kalium ist ein Element das in jeden Gestein und in Mineralen eingebunden ist es gibt viele Minerale die enthalten Kalium Argon hingegen ist ein Gas und was man jetzt hier datiert üblicherweise zum Beispiel bei einem Vulkan ich datiere den Vulkanausbruch dabei ist das Gestein glühend heiß es schmilzt und alle Gase die drin sind werden ausgetrieben das heißt ich habe jetzt mit dem jungen Gestein wenn dieses Vulkangestein erstarrt Kalium drin aber überhaupt kein Argon weil dieses Gas durch die Hitze ausgetrieben wurde und damit fängt jetzt meine Datierungs Uhr sozusagen zum Zählen an und wenn ich jetzt Millionen Jahre später ein Gestein hernehme wo ein Teil dieses Kalium 40 in Argon 40 zerfallen ist und ich messe das dann schaue ich nach wie viel Argon 40 ist in dem Gestein drin und ich weiß als das Gestein entstanden ist war null kein Argon 40 drin und jetzt habe ich so und so viel Argon 40 drin das einzige was ich noch wissen muss ist wie viel Kalium ist eigentlich drin weil natürlich wenn 10% Kalium drin sind dann wird mehr Argon gebildet das waren 1% Kalium drin das ist ja klar also das geht natürlich linear und ich weiß die Zerfallsrate das heißt ich weiß die Bildungsrate dieses Argon 40 also das heißt ich muss nur wissen wie viel Kalium ist drin wie viel Argon ist jetzt drin und mit der bekannten Zerfalls Gleichung und Zerfallsrate kann ich damit bequem ausrechnen wie alt ist das Gestein das funktioniert auch weil auch durch den Impact das Gestein so erhitzt wird dass jede frühere Gasmenge die da drinnen ist ausgetrieben wird und was übrig bleibt ist nur mehr das Kalium und aus dem Kalium entsteht eben frisches Argon und das kann ich damit zur Datierung heranziehen jetzt gibt es noch eine Variante dieser Kalium Argon Methode die nennt man dann die Argon Argon Methode das ist einfach eine da kann ich das Kalium das Argon das misst man mit einem sogenannten Massenspektrometer einem Gas Massenspektrometer da messe ich einfach wie viel drei hitze ich das Gestein und schaue wie viel Argon kommt raus das geht aber beim Kalium nicht so das muss ich mit einer anderen Methode messen jetzt gibt es aber die Möglichkeit dass ich jetzt durch Bestrahlung wiederum jetzt bestrahle ich Probe und da kann ich das Kalium hat ja mehrere Isotope gibt es vier Isotope die vorhanden sind manche sind radioaktiv also manche von den Isotopen aber halten lang Milliarden von Jahren manche sind überhaupt stabil und jetzt kann ich ein anderes der Kalium Atome durch eine rezente Bestrahlung in einem Reaktor in ein anderes Argon Isotop umwandeln das ist das Argon Isotop Nummer 39 das das durch den radioaktiven Zerfall über die Jahrhundert Millionen entstanden ist ist das Argon 40 und jetzt kann ich mit der Methode mit dem gleichen Massenspektrometer nicht nur das Argon 40 Messen sondern auch das Argon 39 Messen und das Argon 39 gibt mir dann einfach nur an wie viel Kalium ist drin und das vereinfacht die Messung und macht sie auch etwas genauer und deswegen verwendet man in der Geochronologie sehr häufig eben diese Argon Argon Methode es gibt noch andere Methoden zum Beispiel die Uran Blei Methode wir wissen dass in der Natur Uran langsam zerfällt in Blei eines von mehreren Blei Isotopen und ich durch das Verhältnismessung auch wieder wie viel Uran wie viel Blei messen kann wie lang hat das gebraucht zur Bildung dieser Blei Isotope es gibt noch andere Methoden zum Beispiel die Rubidium Strontium Methode wo ein Rubidium mit der Massensahl 87 in Strontium mit der Massensahl 87 zerfällt dann muss ich Verhältnisse heranziehen in mehr als einer Komponente weil eine einzige Messung reicht mir dafür nicht da muss ich die Verteilung zwischen verschiedenen Mineralphasen in einem Gestein anschauen all das sind lang etablierte Methoden in der Geo und Kosmo Chronologie es gibt aber auch die Aluminium Peryllium Methode oder die Radiokohlenstoff Methode das sind Methoden die beziehen sich zum Beispiel darauf dass bei der Wechselwirkung zwischen kosmischer Strahlung im Weltraum und einem Gestein das in den Weltraum fliegt neue Radionuklide also auch wieder radioaktive Isotope gebildet werden gibt es zum Beispiel Beryllium mit der Massensahl 10 oder Aluminium mit der Massensahl 26 oder den Kohlenstoff 14 die werden zum Beispiel durch solche Bestrahlungen durch kosmische Strahlung gebildet und dann schaue ich jetzt nicht was ist zerfallen sondern wie viel ist von diesen Isotopen neu gebildet worden je länger ein Meteorit beispielsweise nach dem Aufbrechen eines Asteroiden im Weltraum fliegt bevor er auf die Erde fällt desto mehr von solchen sogenannten kosmogenen Radionukliden bilden sich in den Meteoriten und wenn ich die messe dann kann ich sagen ja der ist so und so lang im freien Weltraum geflogen das sind jetzt verschiedene Altersangaben das eine bezieht sich wie alt ist das Gestein selbst die anderen beziehen sich wie lang ist das zum Beispiel im Weltraum geflogen dann gibt es eine andere Methode wie man noch messen kann wie lange ein Meteorit jetzt auf der Erde gelegen ist seitdem er runter gefallen ist es gibt hier verschiedene Dinge die man datieren kann und für die gibt es verschiedene isotopen Methoden und auch relative Methoden das heißt das ist ein großes und komplexes Gebiet der Geochronologie der Altersbestimmung von Gesteinen und ich hoffe das war jetzt zumindest ein ganz kurzer erster Einblick wie man das macht ja dann werde ich auch immer wieder gefragt welche Bücher kann ich empfehlen zur Begleitung dieser Vorlesung da muss ich sagen es gibt halt sehr viele auf Englisch viele englische Bücher beispielsweise von Roderick McBride und Gilmore die Introduction to the Solar System oder relativ rezent auch Max Ween und Kollegen Planetary Geoscience durchaus empfehlenswerte Bücher im deutschen Bereich gibt es ein bisschen weniger ein Überblicks Buch ein schönes ist von Jaumann und anderen Expedition zu fremden Welten oder das Buch im Fokus Sonnensystem Reise durch kosmische Heimat für Kleinkörper auch ein bisschen Reklame in eigener Sache das Buch Achtung Steinschlag das ich gemeinsam mit Alvin Schönberger geschrieben habe also hier nur einige Ideen dazu Ja das war also die Fragestunde sozusagen und damit danke jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und auf bald wieder auf Urknall Weltall Leben